Heute das Satzzeichenlaufspiel. Dabei werden die drei Satzzeichen im Klassenraum aufgehängt und die Lehrperson liest einen Satz vor und die Kinder müssen zum dazugehörigen Satzzeichen laufen und dieses auch nachmachen. Also beim Fragezeichen müssen die Kinder in diese Position gehen, beim Buchzeichen in diese Position und beim Punkt in diese Position. Als Variation zu dem Spiel kann man es natürlich auch noch so machen, dass die Lehrperson einen Satz mit einem Beamer oder einem Overheadprojektor an die Wand wirft und die Kinder erraten dann wiederum auf die gleiche Weise die Satzzeichen. Und das Spiel gehört zu dem Kompetenzbereich Einsicht in Sprache durch Sprachbetrachtung und zum Thema Satzzeichen. Jetzt zeigen wir euch einen Beispielsatz. Das ist zum Beispiel, wie wird das Wetter heute? Genau. Danke für eure Aufmerksamkeit.